Hallo Freunde und herzlich willkommen zu Road2 Team of the Year TOTI Part Nummer 4. Wir versuchen zusammen bis zum TOTI unseren Verein maximal oder bestmöglich vorzubereiten. Das heißt maximale SPC Futterspieler im Verein haben, maximale Packs haben, beziehungsweise auch zum richtigen Zeitpunkt meiner Meinung nach anfangen Packs zu sparen, die richtigen SPCs zu machen und natürlich auch nebenbei ein bisschen zu traden, damit wir auch genug Coins haben, weil das Ziel ist es einfach ein TOTI zu haben. Wir wollen, wenn das TOTI da ist, ein TOTI haben, egal ob wir den TOTI ziehen, egal ob wir den TOTI kaufen. Am besten natürlich zwei, drei, vier TOTIs. Ich hoffe, dass wir es zusammen durchziehen. Bisher kommt das ja sehr, sehr gut an, diese Serie. Ich bin bisher auch sehr zufrieden, was wir so geschafft haben in den ersten drei Tagen. Ist jetzt Tag Nummer 4, deswegen hoffe ich, dass wir weiter zusammen durchziehen. Wer dabei seid, könnt ihr gerne schon mal ein Like da lassen, damit ich Bescheid weiß, dass ihr das Ganze hier feiert und mit mir zusammen durchzieht. Und ansonsten, ihr wisst immer, Kommentare vollhauen mit euren Fragen. Ich lese mir die wirklich alle durch und gebe da meinen Senf dazu, wenn jemand irgendwie am Ende des Videos noch Fragen hat oder so. Und vergesst natürlich nicht, den Kanal zu abonnieren, ne Jungs? Und schickt das vielleicht nochmal dem einen oder anderen Kollegen, der immer knapp bei Kass ist in FIFA, ne? Der immer wenig Coins hat, der wenig SPC-Futtern, immer rumheult, dass alle anderen krasse Teams haben. Dann schickt ihm diese Serie, sag, hey Bro, fang bei Part Nummer 1 an. Mach einfach nach, was Kenai macht und dann bist du good to go. So, und auch heute starten wir natürlich auch zusammen in den 19 Uhr-Content rein. Ich habe ehrlicherweise immer noch gar kein Spiel gemacht. Kein Rivals, kein Food vs. Cup, keine Weekend League. Ich habe dazu, wie gesagt, noch keine Zeit gefunden. Aber es zeigt halt einfach nur, dass es auch ohne dieses Spielen funktioniert. Wenn ihr dazu noch spielt und diesen Versus Cup zum Beispiel macht, Rivals spielt, Weekend League spielt und so, dann kommt ihr halt noch viel, viel schneller als ich voran. Das kann halt euer Vorteil sein, wenn ihr jetzt noch die Woche Zeit habt, ja, die acht Rivals Games auf jeden Fall voll zu machen, Food Weekend League Quaddi zu spielen, am Wochenende in den Weekend League zu spielen und diesen Food vs. Cup vor allem jeden Tag zu spielen. Und da ist mir direkt auch ein Thema am Herzen, sonst ist hier bei Zielen nichts. Weil bei diesem Food vs. Cup, ich hatte gestern gar nicht geguckt, also ich bin hier nicht auf Spielen gegangen, denn Freundschaftsspiele, und habe geguckt, was genau die Anforderungen bei diesem Food vs. Cup sind. Ich habe nämlich irgendwas mit Feuer und Eis gelesen, ja okay, aber da stand halt in den Objective nicht drin, dass du irgendwie eine Feuer- oder Eiskarte brauchst. Aber da hätte ich natürlich mal hier auf den Cup gehen können und da steht natürlich, du hast fünf Partien pro Tag, Leihprofis maximal ein. Das heißt, falls du eine Food vs. Karte hast, kannst du halt, ja, einfach die Leihkarte benutzen. Aber du brauchst halt eine Food vs. Karte. Hier brauchst du einen Eispieler und dann brauchst du hier einen Feuerspieler. Das heißt, du kannst jeden Tag zehn Games machen, fünf hier, fünf da. Und du brauchst halt, ja, für diese Games immer jeweils ein Feuer- oder einen Eispieler. Und deswegen sind gestern, ne, ich hatte mich ja so gewundert, warum sich diese ganzen Versus-Karten so gut verkauft haben, plus warum sie so teuer geworden sind. Die sind jetzt übrigens noch teurer geworden. Wir können ja mal heute vielleicht den Trading Part schon mal ein bisschen vorziehen, zumindest den ersten Teil, und einfach mal auf die Transferliste gucken. Und das ist crazy. Also wir haben seit gestern in 24 Stunden hier wieder 38 Verkäufe gemacht. Also wieder fast die Hälfte der Liste hat sich verkauft. Und größtenteils hier vorne die Karten, die wir sogar gestern eingekauft haben. Also gut, wer da mit uns zusammen eingekauft hat. Aber vor allen Dingen natürlich Food vs. Karten. Ich habe gestern zum Glück den richtigen Riecher gehabt. Und ich, ja, ich dachte mir einfach so, ey, die sind irgendwie voll rare zu ziehen. Die werden jetzt anscheinend doch für irgendwas gebraucht. Und deswegen haben wir gestern nochmal schön eingekauft. Und ich habe die Preise aber leider echt zu spät angepasst, weil die sind jetzt teilweise heute. Das werden wir später sehen, wenn wir einkaufen. Und wenn wir vor allen Dingen überlegen, ob wir nachkaufen, werden wir sehen, dass so ein Sissoko hier, ich habe den für 20k und so verkauft. Die sind jetzt, glaube ich, bei 40k. Dieser Ice Sissoko ist, glaube ich, bei 45k. Dieser Feuer Sissoko bei 40k. Also die sind sehr, sehr krass gestiegen. Deswegen, falls ihr noch, ja, so eine Items im Verein habt oder auf eurer Liste habt, passt auf jeden Fall mal die Preise an. Ich denke, dass wir da bis Mittwochabend erstmal, ja, zumindest denselben Preis ungefähr haben sollten, wie sie jetzt aktuell sind. Und dann schaue ich mal später, ob wir da vielleicht ein paar gute Deals finden und welche Karten ich genau nachkaufe und welche nicht. Das machen wir aber wie immer am Ende vom Video oder, ja, Richtung Ende vom Video auf jeden Fall. Aber jetzt habt ihr schon mal die Verkäufe gesehen. Halt größtenteils wirklich das, was wir gestern zusammen eingekauft haben. Dann gibt es hier natürlich wieder ein paar Ausreißer, die sich nicht verkauft haben. Gallagher mache ich mir gar keine Sorgen. Diese Eriksson hat sich auch einmal verkauft, mache ich mir eigentlich auch gar keine Sorgen. Veronturam, ja, haben wir auch relativ frisch eingekauft. Klaus auch, Kostic auch, Crouch auch, Athenea auch. Donk muss man vielleicht mal den Preis anpassen. Einfach mal ein bisschen runtergehen. Vielleicht noch plus minus null rausgehen. Und die ganzen Informs sind halt ein bisschen, ja, ein bisschen nach hinten losgescheppert, sage ich mal, weil wir halt einfach keine Informs brauchen. Heute war total an Nontent, kann ich schon mal vorwegnehmen. Wir gehen zwar gleich noch auf die SBCs, aber da ist nichts. Da ist nichts für Informs. Wir kriegen nichts für Informs. Ich hätte mir diese Woche da echt viel, viel mehr erwartet für die Informs. Leider Gottes hatte ich da ein bisschen den falschen Riecher. Ist jetzt nicht so schlimm, weil ich werde plus minus null auf jeden Fall mindestens rausgehen, wenn nicht sogar plus. Also ihr seht, ich biete die immer noch mal ein bisschen höher an. Und es haben sich auch schon Informs verkauft für 38k und so. Also man kann hier trotzdem noch seinen Profit machen. Ist jetzt halt ein bisschen blöd, weil da stecken bestimmt fast eine Million Coins drinne. Und die kann ich jetzt halt leider für andere UV-Zwecke nicht nutzen, dadurch, dass sie jetzt in den Inform stecken. Aber ich möchte halt jetzt nicht plus minus null verkaufen, weil am Ende des Tages sehe ich Informs trotzdem vorm Toti noch mal auf 40k steigen. Das heißt auch schon mal ein Call an der Stelle. Ja, wenn ihr euch da irgendwie eindecken wollt oder so, dann ist jetzt wahrscheinlich die Zeit. Holt euch einfach mal, ja, ihr müsst ja nicht mal eure Transferliste damit voll machen, aber wenn ihr viele Coins habt, dann holt ihr einfach mal von jedem Spieler 83, 84, 85, 86 rated Inform für ungefähr 30k. Da macht ihr nichts falsch. Da habt ihr wahrscheinlich so 10, 15 Informs im Verein. Alle mit verschiedenen Ratingen, verschiedene Spieler. Das heißt, falls auch irgendwie ein Spieler einkrachen sollte, warum auch immer, das wird wahrscheinlich nicht passieren, aber dann seid ihr da auch abgesichert. Und wenn dann Content kommt, die auf 40k gehen, dann macht ihr halt einfach mal 150k. 10k pro Spieler ungefähr. Bei 15 Spielern, 20 Spielern sind das halt einfach mal 150, 200k. Und ich denke mal, jemand mit ganz vielen Coins, dem das nicht wehtut, wenn er sich jetzt mal hier ein paar Informs einpackt, ja, dem könnte das auf jeden Fall ganz gut tun. Da schon mal ein Call an der Stelle, was man vorm Toti nochmal machen kann, weil spätestens beim Toti, ich glaube, diese 85x3 Angreifer-Packs, 85x3 Mittelfeldspieler-Packs und so, da wird nicht nur Rating gebraucht, so 84er, 85er und so, sondern ich kann mir auch gut vorstellen, dass dort auch Informs gebraucht werden, weil EA dieses Jahr so viel mit Informs gemacht hat, muss da eigentlich was mit Informs kommen. Ich bin mal sehr gespannt. Ich kann natürlich nicht in die Zukunft gucken, aber das wäre jetzt so meine Prediction. Ihr seht, ich muss gar nicht großartig die Preise anpassen. So die Karten, die wir momentan für UV kaufen, verkaufen sich gut. Also hier sind knapp noch zwei Seiten von den Karten übrig, die wir für UV gekauft haben. Das ist gefühlt nichts. Das Blöde ist halt, wie gesagt, das mit den Informs. Deswegen sieht das so aus, als wenn wir gefühlt, ja, als wenn wir die Hälfte halt verkaufen. Aber normalerweise würden wir wahrscheinlich sogar noch mehr verkaufen, hätte ich nicht die ganzen Coins in Informs gesteckt, sondern noch in andere UV-Karten, vor allen Dingen in Versus-Karten. Ja, schade drum. Schade drum. Kann man jetzt nichts ändern. Ich habe die Preise größtenteils angepasst. Den Rest biete ich wieder an, dass ihr da schon mal Bescheid wisst. Das so viel zu den Verkäufen. Ich screenshotte mir die jetzt auch schon mal und löscht die immer weg, sodass wir vielleicht sehen, während wir gleich den anderen Stuff bei den SBCs machen, was ich dann bis dahin verkauft habe, wenn wir mit dem Stuff fertig sind. Und dann bin ich mal gespannt, was ich später einkaufe. Ich bin mal gespannt, wie die Preise aussehen, wenn ich einkaufen will und ob ich mich dann traue einzukommen. Aber ihr seht auch hier sowas. 83er, kriegst du für 900 Münzen, kannst du dich theoretisch schon fürs Toti einpacken. Also ich denke, während des Totis werden die auf jeden Fall für übertausend. Die werden für diesen Preis während des Totis, glaube ich, weggehen wie warme Semmeln. Also die kann man da, glaube ich, richtig geil dann für 1, 2, 1, 3, 1, 4 und so verkaufen. Ihr dürft jetzt nicht erwarten, dass 83er auf 3K oder so steigen. Das glaube ich dieses Jahr nicht. Aber 83er, 84er, auch non-rare und rare, das wird der Shit beim Toti sein. Gerade die Low-Budget-Leute. Ich habe nämlich auch eine Umfrage gemacht, stimmt. Kann ich auch mal darauf hinweisen. Lasst mal gerne auch ein Follower Insta da, wenn ihr schon hier ein Follower da gelassen habt. Weil ich habe eine Umfrage gemacht, was heute so Fragen fürs Road to Toti Part 4 sind. Und dann konnten die Leute halt Fragen stellen. Und dann haben wir zum Beispiel Leute gefragt, wie viele Packs willst du zum Toti haben? Kannst du noch Spieler im Wert von 300k für die UV-Liste zeigen? Wie kann man Coins machen, wenn man nicht die Coins für deine UV-Liste hat? Kannst du mal Low-Budget-Methoden zeigen? Und so weiter und so fort. Also kannst du Fragen stellen. Da habe ich direkt mal die erste Frage integriert. Und zwar Low-Budget. Low-Budget kannst du jetzt schon anfangen, damit auch UV zu machen, dass du dir Non-Rare-Karten für 300 bis 350 Münzen erbietest oder als Snipes. Ja, das ist möglich. Spätestens Donnerstag, wenn die Rewards raus sind oder Donnerstagabend bei den Top-Partien oder Freitagabend dann zum neuen Event, wenn Leute wieder Packs öffnen, ihre Weekend-League-Rewards ziehen und so. Da kriegst du auf jeden Fall Non-Rares für 300 bis 350. Und dann kannst du dir locker easy für 500 bis 600 Münzen verkaufen. Und da musst du halt überlegen, ja, okay, du denkst jetzt wahrscheinlich, ey, ich habe 50 Kars. Wäre ja viel geiler, wenn ich mir zwei Spieler für 25 hole und beide für 50 verkaufe. Aber so einfach ist die Weltnummer nicht. So einfach ist die Weltnummer nicht. Und vor allen Dingen geht das auch nicht so schnell. Deswegen ist es viel effektiver, so diese kleinere Stritte zu machen. Und wenn du mit einer Karte 200 Münzen Coins machst, dann sind es bei 10 Karten schon 2 Kars. Dann sind es bei 20 Karten schon 4 Kars. Und so weiter und so fort. Also du kommst dann halt voran und baust dir halt ein größeres Budget auf. Verstehst du, wie ich meine? Dementsprechend, ja, Kleinvieh macht auch Mist. Das gleiche kannst du auch mit Rare Karten machen. Ich würde bei Rare Karten mich aber auf 81er und 82er fokussieren, dass du ein bisschen Rating auch mit drin hast. Das klappt dann auch immer noch mal ein bisschen besser, wenn du dir die so für 750 Münzen maximal holst. Die Rare Karten 81, 82 rated. Das ist auch gleichzeitig eine Vorbereitung fürs Toti. Spätestens beim Toti kriegst du die auf jeden Fall los, falls die vor dem Toti nicht so gut wie V funktionieren. Gleiche mit Rare. Die kannst du dann so für 1000 bis 1200 anbieten. Die Rare Karten wahrscheinlich sogar eher 900 bis 1100. Weil die werden wahrscheinlich vor dem Toti noch nicht so gut wie V weggehen. Und 83er seht ihr hier am besten. Beispiel kriegst du halt für 950 Münzen. Kannst du für 1,3 bis 1,5 ungefähr rausstellen. 84er habe ich jetzt leider kein Beispiel, beziehungsweise ich habe mir, glaube ich, gestern noch ein paar Erboten mit meinen restlichen Coins, die ich übrig hatte. Genau, da seht ihr es auch hier zum Beispiel. 85er kriegst du für 4,3, 4,4. Kannst du dann wahrscheinlich so ungefähr für 5 bis 5,5 verkaufen. Sind halt 500 Münzen bis 1000 Münzen Gewinn. Passt auf jeden Fall fürs Low Budget. Und 84er kriegst du so für 1,7, 1,8 Erboten. Und die kannst du dann ungefähr für 2,3 bis 2,6 verkaufen. Ist dann zwar auch nicht die Welt, aber ungefähr 1000 Coins pro Karte. Und das schmeckt auf jeden Fall. Deswegen direkt mal die Frage abgehakt, was man mit Low Budget machen kann, wenn man halt noch nicht so ein Budget hat wie ich oder wie andere, die das hier halt täglich nachmachen. Und dann kommt ihr hoffentlich halt schnell zu diesem Budget hin, dass ihr einfach das nachmachen könnt, was wir hier im Video machen. So, das erstmal jetzt zum Trading Aspekt Nummer 1. Trading Aspekt Nummer 2 kommt dann später, weil wir natürlich auch einkaufen müssen. Aber erstmal jetzt unser täglicher Grind. Für die Leute, die vielleicht neu eingeschaltet haben, muss ich es natürlich auch einmal erklären, was wir jetzt genau machen. Wir machen es eigentlich wie jeden Tag. Es ist keine neue SPC dazugekommen. Es ist hier bei den Profis einer dazugekommen. Und zwar Ruben Neves. Wenn ich den mal hier finden würde. Genau, da war doch Ruben Neves. Ja, ist, ähm, also ich habe Neves nur falsch aus... Ja, ich weiß, dass er Neves heißt. Ich habe es gerade aus Spaß gesagt mit Neves. Auf jeden Fall ist es eine gute Karte, aber keine weltbewegende, krasse Karte. Du brauchst ein 84er Team. Das ist das Gleiche wie bei Luis Muriel. Also falls du mal irgendwie 84er oder so abgeben musst und ich weiß wohin damit, kannst du Muriel machen. Kannst du einen Ruben Neves machen. Aber es sind halt beides keine Brecherkarten, die man jetzt vorm Toti unbedingt machen muss. Also würde ich keine weitere Beachtung schenken. Und wir werden jetzt heute wie folgt wieder vorgehen. Wir machen natürlich erst das tägliche Bronze Upgrade, das tägliche Silber Upgrade, danach das tägliche Gold Upgrade. Das kriegt man halt alles in einem Zug hin. Zur Not kaufst du dir halt ein paar Bronze- oder Silberspieler für 200 Münzen, damit du das Gold Upgrade dreimal machen kannst. Und dann würde ich sagen, schnacken wir nochmal, weil wir dann natürlich die Gold Upgrades öffnen. Da schon mal vielleicht den ein oder anderen Ratingspieler fürs Team ziehen. Vielleicht auch das erste Duplikat ziehen. Und dann werden wir natürlich die Duplikate und auch Nicht-Duplikate für die Versus Challenge benutzen, für das Draft Token Upgrade benutzen, für die 81 plus Doppelpix benutzen, für das Winter Wild Cards Crafting Upgrade benutzen. Falls wir richtig High Rating ziehen, können wir es auch für den Icon Pick benutzen. Natürlich können wir sonst auch so 84, 85 Rating Duplikate für den 85 plus Pick oder für das 84 mal 5 Upgrade nutzen. Weil diese SBC müssen wir dreimal machen, diese SBC müssen wir dreimal machen, diese SBC müssen wir nicht machen, diese SBC müssen wir 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 machen. Und damit würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Okay, wir sind jetzt bei den 11 Gold Profis Packs. Ich nehme euch da einfach mal kurz mit, ich glaube, das geht ja relativ schnell. Dann seht ihr einfach, was ich darin ziehe, dass ich euch hier nicht irgendwie verarsche oder scamme. Guck mal, erstes Pack haben wir sogar gar nichts. Können wir abhaken, durchgehen, keine Duplikate recyceln, aber auch gerade für die neuen Leute, dass sie einfach sehen, wie wir da am besten vorgehen. Falls wir Duplikate haben, und hier haben wir jetzt welche, da packt ihr natürlich ganz normal alles in den Verein, tauscht die beiden einmal aus, dass ihr die beiden neuesten habt. Und in dem Fall ist es jetzt so, kannst die natürlich jetzt ins Winter Wildcard Crafting Upgrade einfach reinpacken. Aber wir haben ja auch noch die FC Versus Challenge und ich glaube, dass die beiden da auch gut reinpassen. Deswegen werde ich einfach, glaube ich, als erstes jetzt mal die FC Versus Challenge machen, dass wir die auch schon mal abgeschlossen haben, weil bei der FC Versus Challenge geht es ja größtenteils darum, Duplikate, beziehungsweise Non-Ware, äh, Non-Ware sei schon, ja, jetzt, jetzt habe ich hier den kompletten Wurm drin. Ich wollte sagen, da geht es halt darum, dass du dort Untrade-Spieler abgibst und ein Trade-Pack bekommst. Weil gestern zum Beispiel haben wir einen 87er Kobel gezogen. Was heißt das? Wir haben aus Untrade-Spielern, die wir sogar doppelt hatten, Coins gemacht. Und darum geht es halt bei der FC Versus Challenge. Und guck mal, jetzt habe ich die beiden drinne. Das Einzige, was fehlt, ist jetzt selten fünf Spieler und die Teams spielen hier. Deswegen bastle ich mal ein bisschen rum. Okay, das war dann doch sehr, sehr einfach. Ich habe auf jeden Fall den ZM drin, den Torwart drinne, Rest halt ein bisschen rumgebastelt. Dann kann man den Lachs jetzt hier abgeben und hat halt aus Untrade-Spielern, vor allen Dingen aus Duplikaten, ja, einfach ein Rare Premium Gold Profis Pack gemacht. Auf ganz entspannte Basis. Können wir auch direkt mal öffnen. Also ich mache jetzt keinen Cut. Ich gehe jetzt hier mit euch zusammen durch. Ich werde jetzt zuerst das Tradeable Pack öffnen. Falls wir was ziehen, kann ich das verkaufen. Auch falls wir Duplikate ziehen, kann ich sie halt auf den Markt stellen. Ihr habt es ja vorhin gesehen. Auch ein Non-Rare-Duplikat verkauft sich am Ende des Tages. Und wir wollen natürlich auch Coins machen, weil, ja, mir geht es jetzt nicht darum, irgendwie 80 rated Spielern einen Verein zu packen auf Krampf. Ja, falls wir hier Duplikate drin haben, dann verkaufe ich sie nicht. Falls nicht, dann behalte ich sie. Ada Güler zum Beispiel kriegen wir bestimmt auch für 500 Münzen verkauft. Dann die Dame hier, Rabane, kriegen wir bestimmt auch für 500 Münzen verkauft. Passt. So, haben wir jetzt nichts bezahlt, haben ein Trade-Pack bekommen, haben ein paar Trade-Spieler in den Verein gepackt, zwei Trade-Spieler sogar angeboten. Letztes elf Gold Profis Pack, Rumänien, ja, Müll. Falls wir jetzt hier noch Duplikate haben, haben wir drei Stück sogar, okay, und auch ein Rare-Spieler ist dabei. Das ist natürlich interessant, weil mit einem Rare-Spieler, sage ich euch ehrlich, gehe ich jetzt wahrscheinlich, weil die auch alle nicht so hohes Rating haben. Ja, wir gehen mit den Spielern jetzt tatsächlich mal einen neuen Weg, den wir gestern, glaube ich, nicht gegangen sind. Deswegen gut, dass ich hier keinen Cut gesetzt habe. Und zwar würde ich ja mit Non-Rare-Spielern einfach in so in der Wildcard-Crafting-Upgrade gehen, aber jetzt können wir das erste Mal das 81-Plus-Doppel-Upgrade ausprobieren, weil ich ja tatsächlich auch einen Rare-Spieler mit bei habe. Und dementsprechend mache ich jetzt hier einfach Neueste. Ich werde jetzt hier fünf Rare-Spieler reinpacken, natürlich auch versuchen, darauf zu achten, dass ich genau die Spieler drinne habe, die jetzt hier als Duplikat eben aufgeploppt sind. Deswegen, ich gehe nochmal zurück, checke, welche Duplikate sind, mache die SBC fertig und dann sehen wir uns gleich. So, zack, fünf Rare-Spieler drinne, meine Duplikate drinne und dann können wir jetzt tatsächlich auch in diesem Video das erste Mal das 81-Plus-X2-Upgrade testen. Ich bin mal gespannt, ob das jetzt irgendwie viel, viel besser ist, als das Winter-Wildcard-Crafting-Upgrade. Was wir trotzdem machen werden, wie gesagt, am Ende des Tages werden wir beim Toti spätestens alle 150 Upgrade-SBCs-Dinger da gemacht haben, für diese ganzen Special-Packs einfach. Das ist nun mal wichtig, dass wir das machen, aber ist ja trotzdem mal schön zu sehen, für die Leute, die vielleicht auch schon das Crafting-Upgrade haben, wie gut diese 81-Plus-Doppeldinger sind und ist das 84-Plus, weil wenn da immer so 84-Plus und so drin ist, ist es fein. Oh, guck mal, 83, 83 ist auch sogar fein, können wir gut gebrauchen. Ja, ist okay, sag ich euch ehrlich, ist okay. Und da wir auch keine Packs mehr haben und ich jetzt diese ganzen Gold-Bronze-Upgrade-Dinger da fertig habe, fehlt jetzt natürlich der nächste, also fehlt nicht, aber dann ist jetzt der nächste Step dran und das ist dann tatsächlich, machen wir als erstes Draft-Token-Upgrade? Ne, wir machen als erstes 84 mal 5. Wir machen tatsächlich als erstes das 84 mal 5 fertig und ich habe gerade schon wieder vergessen, ob wir gestern Inform hatten. Ich hoffe es gerade sehr. Ich hoffe es gerade sehr und nein, wir haben keinen Inform. Scheiße. Da ist jetzt halt so ein bisschen der Punkt, wo mir ein bisschen Weekend League Rivals und dieser Cup und so fehlt, weil du da natürlich auch immer Packs bekommst und ich habe einfach, gerade in diesem, ja, mittleren Budget-Bereich, sage ich mal, ist bei mir ein bisschen Krise. Ich sage euch ehrlich, guckt euch das an. Gerade in diesem mittleren Bereich, man muss halt beim 83-Plus-Team-of-the-Week-Pick nicht viel Rating abgeben, 82er Team, 83er Team mit zwei 84er und 85ern. Also habe ich im Endeffekt grob alles, aber diese Masse nicht. Ich habe es nicht, ich habe dieses Futter nicht, um diese Masse zu stemmen. Ich habe nicht genug 81er, 82er, 83er, was ja an sich Futter ist, was einem hinterhergeschmissen ist und was man halt auch gar nicht haben möchte oder sammelt oder so. Es geht ja eher darum, dass wir sowas hier sammeln, 86, 87, 88, 89 und so. Deswegen glaube ich jetzt, dass die meisten von euch in dem Bereich gut bestückt sind. Das heißt, falls ihr ein Team-of-the-Week braucht, macht das 83-Plus-Team-of-the-Week-Pick. Ist halt auch immer eine coole SPC, meiner Meinung nach, weil du da halt auch geile Team-of-the-Weeks ziehen kannst. Aber ich bin jetzt gerade echt am überlegen, ob ich mir einfach ein Team-of-the-Week kaufe und ja, ein bisschen schummel. Aber nee, scheiß drauf. Nee, scheiß drauf. Ich mache es. Ich kaufe dann lieber, statt Team-of-the-Week, kaufe ich mir lieber Spieler, um diese Team-of-the-Week-SPC zu machen und dann habe ich trotzdem noch die Möglichkeit, einen geilen Team-of-the-Week zu ziehen. Ist eigentlich besser. So, erste SPC. Ich musste mir jetzt zwei 83er kaufen, beziehungsweise nee, sogar nur ein 83er. Also ich habe mir mehrere 83er schon gekauft. Ist ja jetzt gleich für die nächste Team-of-the-Week-SPC vielleicht ganz gut. Aber die erste habe ich sogar tatsächlich aus dem Verein geschafft. Hätte ich nicht gedacht. Natürlich wird jetzt gleich das 84-x5-Pack genauso schwer, weil da musst du ja auch ein 82er-Team abgeben. Und bei dem Draft-Token-Upgrade brauchst du auch ein 82er-Team. Also bei mir scheitert es momentan echt nicht unbedingt an irgendwie teuren Spielern oder so, aber einfach an der Masse. Einfach an der Masse. Da merkt man halt leider, wenn man nicht spielt. Das ist das einzige Problem. Aber so an Futter und so, an diesem Craft-Grind und so kommst du ja locker easy ran. Aber wie gesagt, das Problem ist dann am Ende des Tages ja das Spielen, dass du gerade in diesem mittleren Budget-Bereich, sag ich mal, die Karten nicht hast. 81er, 82er, 83er. Ihr seht's. Das ist bei mir Mangelware. So, zweites Team auffällig. Was mir dabei gerade aufgefallen ist, dass 85er, 84er sogar ein bisschen teurer sind. Und auch 83er. Guck mal, so ein Reus. Für wie viel hab ich den geholt? Für 1,1 oder so? Hier, für 1,1. Das heißt, jetzt gerade aktuell kannst du 83er, 84er wegen diesen SBCs hier auch sehr, sehr gut snipen. Weil es ist nun mal nicht eine SBC, sondern es ist eine Kettenreaktion. Wie ihr es in meinem Verein halt seht, die Leute kaufen dann halt 83er, 84er und so nach, weil es bei denen halt lau wird. Die wollen diese täglichen SBCs machen. Die schauen vielleicht hier die Videos auch und grinden hier rein. Und dann müssen sie halt täglich, um einen Inform zu bekommen, wenn sie am Ende des Tages drei Informs haben wollen, müssen sie insgesamt sechs SBCs abschließen, wo 82er, 83er, 84er, 85er gebraucht werden. Dann müssen sie nochmal die SBC selber dreimal abschließen, 84 mal 5. Dann müssen sie diese SBC abschließen, wo du 84er, 85er auch brauchst, auf jeden Fall. Dreimal. Das heißt, du hast insgesamt schon hier zwölf SBCs, die du abschließen musst. Alleine nur, wenn du diese beiden halt grinden möchtest, weißt du, weil dann kommt halt noch dreimal das Team of the Week pick dazu, damit du das hier überhaupt dreimal machen kannst. Also ganz verrückt auf jeden Fall. Ich habe gerade sogar, glaube ich, gerade sogar falsch gerechnet. Ich glaube, es sind sogar, ja doch, zwölf. Zwölf. Drei hier, drei hier und hier insgesamt sechs. Sind zwölf, ja. Das heißt, du musst jeden Tag zwölf SBCs machen, wenn du das hier machen willst. Bilan im Rating von 82, 83, 84, 85. Deswegen, ja, Low Budget oder auch, wenn ihr vielleicht zwei, drei, 400 gehabt oder so und nicht wisst, was ihr machen sollt, ÜV mit 82, 83, 84, 85 Rating. Also ihr snipet einfach, ihr guckt bei Football in den Preis an. Jetzt aktuell, vielleicht sind die morgen früh ein bisschen teurer oder so. Sollte aber nicht so schlimm sein, weil ich glaube, die halten sich echt gut, weil diese Challenges laufen ja noch bis Freitag. Das heißt, ja, ihr könnt 84er so für 1,8, 1,9 oder so snipen, dann so circa 1000 Coins teurer drauf. Bei den 85ern dasselbe, kriegt ihr ungefähr für 4,7, 4,8 gesnipet, packt ihr auch ungefähr 1000 bis 1500 drauf. Dann bei den 83ern, ja, die kriegt ihr für 950 Münzen bis 1000 Münzen. Ja, stell dir dann so für 1,5 bis 2k ungefähr drauf. Bei den 82ern, die kriegt ihr für 750 Münzen, könnt ihr dann so für 1,1 bis 1,4 oder so draufstellen, Pi mal Daumen würde ich sagen, so 500 bis 1000 Münzen mehr. Ja, 86 Rating ist eigentlich nicht so interessant. Also kann man auch für UV nutzen, das gucken wir uns aber später an, weil ab 86 Rating kannst du halt auch Special Karten benutzen. Aber, was ich, worauf ich jetzt eigentlich hinaus wollte, ist, wir haben die SPC jetzt auch fertig gemacht, mussten halt nicht wirklich was an Coins ausgeben. Das ist halt das Geile, dass gerade so 83er, 84er gefühlt halt nichts kosten. Deswegen kannst du dir so geil nachkaufen, kannst du geil das Team of the Week pick machen und ja, nicht belohnt werden. Enquetia, gut, ich habe es ja gemacht, um entweder einen Inform zu haben oder einen geilen Inform zu haben. Jetzt habe ich halt einen normalen Inform und kann immerhin das 84 mal 5 Upgrade machen, wofür ich jetzt aber wahrscheinlich auch wieder 83er und so kaufen muss. Das heißt, ich würde sagen, wir sehen uns jetzt einfach, wenn wir, wir sehen uns jetzt einfach nur bei den Packs öffnen, glaube ich. Also ich werde euch weiterhin nicht mitnehmen, wenn ich die Packs hier abschließe, die SBCs mache, weil das ist eigentlich langweilig, da müsst ihr nichts zusehen oder so, sondern wir sehen uns einfach immer bei den Packs. So, 84 mal 5 Pack Nummer 1 des Streams. Wir haben ja bisher echt eine sehr laue Ausbeute, also klar, Rating und so haben wir immer mitgenommen. Raphael Leau jetzt hier, vielleicht Doppelwalkout, nee, leider nicht. Aber die Versus-Karten bleiben halt aus, die sind halt wirklich so krass rare. Überleg mal jeden Tag, boah, das ist auch so ein schlechtes Pack. Überleg mal, jeden Tag machen wir ihn 84 mal 5, 3 mal, jeden Tag machen wir einen 85 plus Pick, jeden Tag öffnen wir irgendwelche anderen Packs, habe ich sogar mein Packlack-Team an? Nee, habe ich nicht, okay. Auch nochmal kurz Team zeigen, machen wir ja auch daily in den Videos, dass ihr seht, wie sich mein Team halt verbessert, vor allen Dingen, wenn ich wieder anfange zu zocken und so und täglich reingrinde, dann wird sich das Team wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen verbessern beziehungsweise vielleicht auch einfach anders aussehen, werde ich andere Spieler spielen und so. Schauen wir mal, Mannschaftsauswahl, wir machen mal wieder EA the Best, als ein bisschen Packlack-Team und an der Stelle natürlich, was wir auch täglich machen müssen, ist den Transfererlös zu zeigen, damit wir einfach täglich sehen, wie sich das Ganze entwickelt. Ich glaube, das ist nämlich auch bei Vereinen. Ja, hier Bestenliste, wo stehen wir da, wo stehen wir da? Nee, das ist falsch, du hast Crossplay, ja, ist mir egal. Hier, 5,67, ich weiß nicht, wo wir gestern standen, aber ich glaube, wir haben 150, 200k gemacht oder so. Sehr, sehr stark, wir gehen auf die 6 Millionen zu und ich hoffe, dass wir das auf jeden Fall schnacken, wenn nicht sogar schon Richtung 6,5 gehen. Bin ich mal sehr gespannt, was die Woche noch so offen hält, aber haben wir das jetzt auf jeden Fall auch schon mal erledigt und jetzt darf ich mich wieder hinsetzen und wieder tausende Spieler einkaufen, weil, ja, richtig, ich, ja, ich muss jetzt das 83 plus Team of the Week Pick halt wieder machen, danach ist 84 mal 5, wenn ich wieder kein Inform ziehen, muss ich wieder das 83 plus Team of the Week Pick machen, wieder 84 mal 5 und dann irgendwann können wir rübergehen auf das 85 plus Profi-Wahl, was dann relativ easy wird, weil ich halt die ganze Zeit auch so 84 mal 5 halt 84er und so ziehe, damit kann man dann easy die 85 plus Profi-Wahl machen, ja, und dann kriegt man wahrscheinlich auch relativ easy noch das Draft-Token-Pack hin und dann schauen wir mal, was wir noch so machen. Ich mache das jetzt übrigens so, ich habe mir jetzt hier einfach mal einen Filter eingestellt, ähm, ups, kann ich euch gleich auch mal zeigen, welchen Filter ich eingestellt habe und ich kaufe jetzt hier einfach so 83er, sage ich euch ganz ehrlich. Ich habe keinen Bock, jedes Mal einzeln die Namen zu suchen, bei Foodbind zu gucken, welche 83er man so kaufen kann, ich mache es einfach mit einem Filter, es geht viel einfacher, dann zahle ich vielleicht ein bisschen mehr, aber ich spare mir Zeit ein und Zeit ist Geld, ihr wisst selber und ich habe jetzt hier echt keinen Bock, das dauert sonst, sonst nehme ich wieder hier drei Stunden auf oder so, dann wird das nachher beim Cutten auch wieder richtig lange dauern und so und das, das will ich einfach nicht haben, das will ich nicht haben, diese langen Pausen dazwischen, wo ich 100.000 Jahre brauche, diese ganzen Spieler zu kaufen, dann mache ich es jetzt lieber so, dass ich hier mal einen Durchgang mache, wo ich einfach richtig viele verschiedene 83er kaufe, bis ich einfach keine unterschiedlichen 83er mehr sehe und dann kaufe ich gleich noch ein paar 84er vielleicht auch nochmal ein, aber ihr seht es ja oben, ich habe jetzt gerade mal heute vielleicht im Video 15k, vielleicht 20, sagen wir 20k habe ich bisher ausgegeben und das ist ja von den Coins her echt nicht schlimm, aber so geht es halt einfach deutlich schneller, dann wenn ich mich hier einfach hinsetze, einfach mal ein paar verschiedene 83er einkaufen und dann läuft der Hase auch. Zweiter Team of the Week pick, ich habe ganz vergessen, dass ich aufnehme, ich war so in meinem Flow, habe hier Spieler gekauft, SPCs abgegeben, einfach zweiter Team of the Week pick, ja, zweiter Team of the Week pick, wieder leider kein Banger dabei, aber wieder in Inform und ich weiß nicht, vielleicht schaffe ich es sogar mit den Spielern, die ich gerade gekauft habe, ich habe eben immer Goldneueste gemacht und es hat echt gut funktioniert, also ich werde auf jeden Fall mich gleich, glaube ich, einfach nochmal hinsetzen und 83er kaufen, nee, guck mal, ich habe sogar immer noch genug 83er, das ist Jackpot, ich komme so schon auf ein 83er Team und ich brauche sogar nur ein 82er Team, das heißt, ich packe jetzt hier gleich sogar noch ein 86er Inform mit rein, ja, guck mal, zack, so sollte es reichen, 86er Inform rein, dann habe ich immerhin das 84 mal 5 jetzt hier einmal fertig bekommen und dann hoffe ich, dass ich jetzt nicht nochmal ein Inform Upgrade gleich machen muss, sondern das einfach so regeln kann, wenn ich hier ein 83er, ah, okay, reicht nicht ganz, dann packen wir noch ein 83 mit rein, dann reicht es aber 82er Team, zack, 84 mal 5, Upgrade Nummer 2, so, ich bin mal gespannt, das Geile ist auch immer, dass du beim Team of the Week Pack halt auch immer nochmal tradable Packs wieder bekommst, ne, ein paar Silberspieler, ein paar Bronzespieler und so, kannst du dann am nächsten Tag halt geil für diese Bronze- und Silber-Upgrades benutzen, sodass du dann eigentlich keine Silber- und Bronzekarten kaufen musst, ja, hier kann man noch ein Ndombele, deswegen, also Team of the Week Pick ist schon eine ganz geile SBC, aber es ist halt trotzdem nervig, wenn dein Verein so tot ist wie meiner, in diesem Low- bis Mittel-Rating-Bereich, sage ich mal, aber deswegen lohnt sich eigentlich auf jeden Fall tausendmal mehr, sich die Informs zu craften, als sie zu kaufen. Es würde sich jetzt auch einfach mal sehr lohnen, mal Inform zu haben, aber nee, Digga, Robertson, nee, Lidl sogar, wenigstens Doppel-Workout, wenigstens Doppel, ja, Doppel-Workout, zeig mir was Gutes, Lidl, steht da cool rum, kriegst jetzt glaube ich einen Ball zugeschossen, nee, läuft einfach rein, oh, Lautaro Martinez, okay, 86, 87 ist aber fein, und jetzt noch Inform, schon wieder keine Inform, aber ist ein gutes Pack, 85, 87, ist okay, ist okay, aber jetzt muss ich tatsächlich erstmal einen 85 Plus Pick machen, okay, gut, aber das geht fit, ein 85er drinnen, ein 86er drinnen, ich glaube, ich könnte mir, also ich könnte mir den 86er auf safe sparen, für ein 84er Team, aber ich habe ja ein Duplikat gezogen, deswegen gebe ich den jetzt einfach hier mit ab, 85 Plus Pick, und solange wir jetzt was Besseres ziehen als ein 86er, würde ich sagen, hat es sich gelohnt, wenn da jetzt drei 85er drin sind, wäre natürlich Arschritze, und wir haben 88er, okay, guck mal, tatsächlich hat es sich mehr oder weniger gelohnt, einen 88er mitgenommen, für den 86er, und dann noch ein paar 84er und so, passt auf jeden Fall, dann haben wir jetzt das schon zweimal gemacht, das sogar auch schon zweimal gemacht, aber, ja, ich werde jetzt nochmal wieder in meine Höhle gehen, reingriden, ordentlich 83er kaufen, damit ich nochmal das Team of the Week Pick machen kann, danach können wir dann das 84 mal 5 nochmal machen, und danach dann hoffentlich zweimal hintereinander 85 Plus Pick, und dann sind wir auch eigentlich mit SBCs durch, beziehungsweise ich muss dann das Draft Token Upgrade noch machen, und dann müssen wir halt einkaufen, darauf freue ich mich gerade am meisten, ich kaufe zwar schon die ganze Zeit ein, aber ich freue mich dann die Spieler nicht in den Verein zu packen, sondern anzubieten, so, und ich habe es glaube ich eben vergessen, beim Einkaufen benutze ich auf jeden Fall den Filter, also ihr könnt das hier, Max-Preis immer aktualisieren, damit ihr neu suchen könnt, und hier auslaufende Objekte habt, dann habe ich halt 950 und 1300 genommen, ihr könnt das auch nochmal runtersetzen auf 1200 oder so, das ist jetzt auch kein Beat-Filter, fürs optimale Beaten oder so, dass ihr die günstigsten Karten bekommt, aber es geht mir einfach darum, dass ich jetzt keine einzelnen 83er jedes Mal suchen muss, weil mir das einfach zu lange dauert, und so ihr seht, jetzt kriege ich hier einfach ganz viele verschiedene 83er angezeigt, die ich dann für 1,1, 1,2, 1,3 kaufen kann, und das passt halt für mich preislich, sage ich ehrlich, Hauptsache ich muss jetzt hier nicht 10 Stunden wieder jeden Spieler suchen, und ich kann hier einfach die Karten kaufen, ich muss halt ein bisschen darauf achten, dass ich Karten jetzt nicht doppelt und dreifach kaufe, weil zum Beispiel diese eine Karte, da hatte ich gerade den einen Innenverteidiger, Mancini, aber ansonsten muss man halt auf gefühlt nichts achten, und du kannst einfach kaufen, du kannst einfach kaufen. Alter, Finally, Jungs, Finally, ihr seht, ich habe hier gerade echt einiges an Coins ausgegeben, für die 83er, ich kann die jetzt einfach mal 1,2, und ich mache jetzt mal das Experiment, mal sehen, ob die morgen im nächsten Video also für 1,5 weg ist, 300 Coins, und die kriegt die ja locker für 1,000, das wären dann 500 Coins gewinnen, 83er, äh, 83er sage ich schon nach, ist auch egal, Bruder, ich schwöre, wie kann man denn so viele Team of the Week Picks machen, und immer Arschritze ziehen, Bro, das geht doch gar nicht, so, letztes 85 mal 4 Upgrade haben wir jetzt auch fertig, wir haben jetzt 3 mal den Team of the Week Pick gemacht, 3 mal das 85 mal 4 Upgrade, ich bin mal gespannt, ich hoffe, dass es jetzt als erstes kommt, 84 mal 5, dann muss ich keinen extra Cut setzen bei den anderen beiden Packs, und wir ziehen Back to Back Little, ich glaube es nicht, ich glaube es nicht, wir ziehen Back to Back Little, das heißt, wieder Duplikat Little, und diesmal nicht mal ein anderes Duplikat, wow, ey, diese Packs, ne, dieser Daily Grind muss, aber dieser Daily Grind wird von den Packs echt zurückgehalten, also wir könnten wirklich, glaube ich, schon viel, viel weiter sein, es könnte viel, viel einfacher und chilliger alles sein, aber was wir hier jeden Tag momentan fabrizieren, also was wir jeden Tag ziehen, wir können ja nichts dafür, ist geisteskrank, zum Glück schaffen wir wenigstens den nächsten 85 Plus Pick dann aus dem Verein, mit Little drin, aber ich sage euch ehrlich, ich habe gerade schon gesehen, ich werde gleich nochmal ein paar 83er einkaufen, aber ich glaube, ich muss leider auch ein paar 84er kaufen, deswegen, heute war auch ein relativ teurer Tag, also heute, für die Ausbeute bisher auch teurer, oh, für die Ausbeute bisher, Sergio Ramos, und jetzt ist die Frage, oh, ich habe gesehen, der ist teuer, ne, weil Sergio Ramos ist, aber ist der gut, ist Sergio Ramos gut, oder 650.000, was laberst du, oh mein Gott, ist Sergio Ramos so gut, Hilfe, ich habe gerade noch kurz überlegt, Rotri zu nehmen wegen Ratings, Sergio Ramos, also kommentiert mal gerne, wie ihr heute gezogen habt, aber zur Not, guckt das Video, meckert nebenbei ein bisschen, dann habt ihr zwei Glücksträhnen extra aktiviert, Sergio Ramos, oh mein Gott, ich kann es gerade nicht fassen, wie gut, der ZDM wäre noch geiler gewesen, der ist 800k wert, aber selbst der hier, jetzt muss ich mir nicht mal eine Feuer- oder Eiskarte da kaufen, also keine Feuerkarte, für diesen Cup, jetzt habe ich noch mehr Bock zu zocken, ab in den Cup würde ich sagen, also ich werde jetzt natürlich nicht in diesem Video jetzt den Cup gehen, aber ich werde mir jetzt noch ein paar 83er und so kaufen, den letzten 85er Plus Pick auf jeden Fall nochmal machen, jetzt bin ich sehr motiviert, weil wir einfach gerade 650k Plus gemacht haben, sehr, sehr big, und danach, ja, kann ich dann wahrscheinlich auch direkt das, das Draft Token Upgrade machen, da brauche ich ja ein 82er Team, das heißt, wenn ich jetzt genug 83er, 84er nochmal einkaufe, dann kann ich beide SBCs machen, dann sind wir für heute durch, so, ich gebe euch jetzt direkt auch nochmal einen Filter, also ich habe 83er jetzt eingekauft, jetzt gebe ich euch ja nochmal einen Filter für 84er, weil die liegen ja so bei 1,8, 1,9, das heißt, ich gehe jetzt auf 172k und hoffe, dass jetzt hier auch 84, ich habe es nicht getestet, aber es wäre jetzt so für mich, im Kopf wäre das Richtige für 84er, wo hier eigentlich welche auslaufen sollten, aber scheinbar funktioniert das mit den 84er nicht ganz so gut, wie mit den 83er, also 83er konnte man wirklich sehr, sehr gut so einkaufen, den 80er muss ich mir jetzt vielleicht ein paar per Hand vorknöpfen, jetzt nochmal kurz auf 212k, aber hier ist ja nicht mal einer, nicht mal ein einziger, der hier irgendwie ausläuft, wahrscheinlich muss ich 2223 oder so bezahlen, damit ich 84er bekomme, weil das ist dann auch schon wieder teuer, das ist schon wieder ein bisschen abzocke, sage ich ehrlich, ich mache nochmal hier ein bisschen hoch auf 1,9, zwischen 1,9 und 2,2, Jungs, ich sage euch ehrlich, ich glaube tote Hose, scheiße, ich glaube ich muss 84er wirklich einzeln ansteuern, das ist natürlich ärgerlich, so ich risk es jetzt sogar und gebe nochmal hier in 86er ab, Raphael Leao, juckt mich eigentlich wirklich gar nicht, aber ich gehe das Risiko einfach nochmal ein, um jetzt hier nochmal zu gucken, ob der letzte 85 plus Pick auch so gönnt, also das war jetzt ja wirklich gerade nochmal ultimativ geil, fürs Video, für mich, einfach für den Vibe, dass wir nochmal so ein Sergio Ramos daraus gepolt haben, ich hatte zwar ein Innenverteidiger Problem, wie ihr alle wisst, aber es ist nicht so schlimm, wenn sich unten, äh, Inform, Inform 30k, schmeichelt, ich habe glaube ich gerade auch Inform Problem gesagt, ich meine Innenverteidiger Problem habe ich, aber war gut, dass ich Inform gesagt habe, weil das heißt, morgen erst ist 84 mal 5, ich muss kein Inform kaufen und jetzt fängt das Trading auch schon mit den 83ern an, ich habe euch das ja vorhin schon erklärt, ich biete dir jetzt einfach nochmal so 2, 3, 400 Münzen teurer an, ihr könnt wie gesagt versuchen, die für 900, 950 zu bekommen, die dann auch für 1.400, 1.500 und so anbieten, gerade im Low Budget Bereich kann man da schon einiges an Coins machen, aber ich werde mich natürlich weiterhin auf Special Karten und so ein bisschen fokussieren, weil ich halt einfach in einem höheren Budget unterwegs bin, deswegen vorhin haben wir schon die verkauften Objekte gescreenshottet, wir schauen jetzt nochmal, was sich neu verkauft oder ob sich was neu verkauft hat und es hat sich tatsächlich, warte mal, nee, 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 das ist falsch, oh Gott, ich wollte gerade sagen, warte mal, ich habe 44 verkaufte Objekte, Bro, ich habe da, nee, 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 also erstmal löschen, das habe ich vorhin nicht vergessen, die kann ich alle wieder anbieten, es ist jetzt auch ganz wichtig, dass man sich hier einmal anschaut, okay, welche Spieler chillen jetzt hier rum und von denen hält man auf jeden Fall ein bisschen Abstand. Oh, und krass, ich sehe gerade, diese Eiskarten und so sind alle wieder günstiger geworden, ne, also die sind auf jeden Fall wieder so bei 18, 19, 20k und nicht mehr so utopische Preise bei 35, 40k und so, das ist sehr gut, das ist sehr, sehr gut, das ist jetzt 22 Uhr, um 19 Uhr oder so waren die noch bei den Preisen, aber die sind ja krass eingecrasht, das ist, das ist sehr gut für uns, weil das heißt, die sind tagsüber wahrscheinlich teurer als abends, weil abends die Leute, ja, mit ihren Cup vielleicht fertig sind, verkaufen und morgen tagsüber kaufen dann Leute wieder welche für einen Cup, das ist sehr nice, also Sissoko war gestern Abend auch so beim ähnlichen Preis, ist dann nochmal gut angezogen, also heute jetzt sozusagen tagsüber und vielleicht können wir es wiederholen, also ich werde mich wieder auf Feuer vs. Eiskarten fokussieren, weil die sind halt einfach trotzdem noch relativ rare und ich zeige euch jetzt einfach, beziehungsweise, das heißt, ich zeige euch das, also ich werde einfach dieselben Karten kaufen wie vor, das muss ich eigentlich nicht zeigen, das zieht das Video eigentlich unnötig in die Länge, also ich werde mir Morata holen, ich werde mir Asensio holen, ich werde mir Radetzky holen, jeweils immer zweimal die Eis, zweimal die Feuerkarte, Spieler Zola zweimal die Feuer, zweimal die Eiskarte, Dani Olmo zweimal die Feuer, zweimal die Eiskarte, Sissoko zweimal die Feuer, zweimal die Eiskarte und Lauriente zweimal die Feuer und zweimal die Eiskarte und dann schauen wir mal, wie viele Coins ich noch habe und dann zeige ich euch, für wie viel ich die ganzen Karten halt angeboten habe, also die sind alle ungefähr bei 20k und dann zeige ich euch, ja was heißt zeige ich euch, ich biete dann so alle so zwischen 23 und 25k ungefähr an, so mit 10, 20%, vielleicht sogar ein bisschen teurer, so 24 bis 26, 27k, falls sie morgen wieder krass anziehen, aber ich werde das morgen einfach ein bisschen im Blick haben und sobald ich sehe, die ziehen an, passe ich die Preise halt an und mache sie nochmal teurer, würde ich euch auch empfehlen und ansonsten, ja ich kaufe jetzt erstmal ein und dann sehen wir uns wieder. So wir haben es Jungs, wir haben es, ihr seht es oben recht, 5000 Coins, hier ein 83er für 1,3 verkauft, ihr wisst, man bekommt die für 950 Münzen, easy, wirklich easy, wenn ihr euch einzelne Spieler raussucht und die snipe, easy, wenn ihr euch erbietet, easy, 900 Münzen, 1,3 bis 1,6 rauf, zack, easy Coins Druckmaschine auf jeden Fall, ja was ich mir jetzt noch heute gekauft habe, ihr habt ja die verkauften, aber ja auch hier gesehen, die kann man eigentlich auch easy nachkaufen, ich habe da zum Beispiel nachgekauft ein Eder Militao, der, das ist jetzt nicht mal, ja ich kann nach ganz hinten gehen, so hier, hier seht ihr erstmal, ich habe jeweils immer zwei Objekte geholt, zwei Feuer, zwei Eis, ich habe auch hier irgendwo einmal drei Items gekauft, wo waren das nochmal, ich glaube ja hier, sogar vier, weil ich Asensio zweimal mit Hunter bekommen habe, für den selben Preis wie die hier, deswegen bin ich einfach nochmal in Asensio nochmal zweimal extra gegangen, ansonsten habe ich das gut durchgezogen, jede Feuer- und Eiskarte zweimal, ich hoffe, dass es halt wie gesagt genauso gut läuft, keine Garantie, könnte auch sein, dass sie morgen noch weniger gebraucht werden, tagsüber und morgen tagsüber noch mehr einkrachen, aber so war meine These, dass sie jetzt heute Abend ein bisschen einkrachen, weil die ersten Leute fertig sind mit dem Cup, und die Karten verkaufen, morgen tagsüber aber Leute halt zocken, die haben heute Abend vielleicht keine Zeit gehabt, morgen dann tagsüber kaufen sie sich die Karten wieder oder so, kann aber auch sein, dass sie halt weiter einbrechen, deswegen, falls ihr nochmal sicher gehen wollt, dann geht einfach mit den anderen verkauften Karten von mir, geht mit einem Zakaria, den ich nachgekauft habe, Marquinhos, also allgemein Ratingpreise, habe ich ja gesagt, könnt ihr euch einfach unter Ratingpreis snipen, und dann 10, 20% draufpacken, dann könnt ihr euch so Karten halt gut nehmen, wie so ein Marquinhos, so der Ratingpreis ist glaube ich 13, 14k bei 87ern, Marquinhos mit einem Shadow spielbar, zack, Förlermondi, auch mal eine geile UV-Karte, genauso wie Theo Hernandez, der hier vorne irgendwo gechillt hat, also es sind auch, ihr könnt euch auch so Goldkarten noch auf die UV-Liste packen, dann, Edamilitao hat sich auch gut verkauft, habe ich nachgekauft, Diani hat sich eigentlich gut verkauft, kann man gut nachkaufen, Alex Morgan zum Beispiel auch, habe ich keine Coins mehr für, weil ich habe mir noch zweimal Tabsoba geholt, der sich auch mal sehr, sehr gut UV gekauft hat, und euer Sabal, weil Winter White Cards, Zakaria, euer Sabal und Tabsoba und ansonsten habe ich glaube ich nämlich keine Winter White Cards mehr, doch ein Kostic habe ich noch und sonst glaube ich nämlich keinen, ja, hatte ich gute Erinnerungen, genauso war auch meine Erinnerung, weil Winter White Cards lief immer sehr, sehr gut UV und irgendwie habe ich die letzten Tage keine nachgekauft, warum auch immer und irgendwie war mir das so im Kopf geblieben, dass ich keine Winter White Cards mehr habe, außer Kostic und deswegen habe ich jetzt mal ein paar Winter White Cards nachgekauft, ja, ich werde sonst noch ein paar andere Beispiele in die VIP Trading Gruppe reinhauen, falls ihr da noch nicht drin seid, schreibt mir gerne bei Instagram eine Nachricht, dass ihr da gerne rein wollt und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen beim nächsten Part, bis dahin, haut rein und tschau 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 Das war's für heute.